Okay. Happy birthday, Chutan Maho Toro. Happy birthday, Arif Arif Arif. Happy birthday, Iwawai Kakachiya. Happy birthday, Kunumante Guftar G. Happy birthday, Adiba Abid. Happy birthday, Alauddin Khan. Happy birthday, Ajay Kumar. Happy birthday, Bila Chautari. Happy birthday, Mot Usman. Happy birthday, Rume Akzer. Happy birthday, Chandip Urma. Happy birthday, Silu Mandal. Happy birthday, MD Musim. Happy birthday, Vicentra Singh. Happy birthday, MD Saddam. Happy birthday, Anima Kumari. Happy birthday, Anima Kumari. Happy birthday, Jain Nahl SK. Happy birthday, John Somday. Happy birthday, Shanti Chauhan Shanti. Happy birthday, Nasir Alam. Happy birthday, Raiken Lo. Happy birthday, Ayam Bahai. Happy birthday, Taslim Khan. Happy birthday, Suray Kurma Sia Suray. Happy birthday, Anima Kumari. Happy birthday, Anima Kumari. Happy birthday, MD Hasnai Mansuri. Happy birthday, Ayay Fish Wash. Happy birthday, Sanjib Kurma. Happy Birthday Jahidul Islam Happy Birthday Fishok Sharama Sharama Happy Birthday Shamer Bahai Happy Birthday Humti Jai Ali Happy Birthday Alungisi Ele Haramino Dalunggolo Happy Birthday Natukamua Natukamua Natukama Natukama Happy Birthday Nuo Nudi Eska Happy Birthday Md Raul Happy Birthday Raul Nadab Happy Birthday Deepak Kamua Elkama Kurma Oh schon ganz zwischieinander Nochmal Happy Birthday Deepak Kumar Happy Birthday Junette Ahmad Happy Birthday Sunil Kurma Ok das war es endlich Ich spiele heute wieder Clash Squad Ok ich habe leider ein Problem mit Free Fire mittlerweile Rechts sind die Treppen links sind nicht die Treppen also renne ich links lang und spring gleich runter Bis zum nächsten Mal An ich habe mir so gedacht ich greife mal so von hintern und probiere es abzulenken hat wahrscheinlich auch gepasst zwei leute waren nicht konzentriert dadurch haben die anderen drei leute muss er erst die waffe holen hier sind sachen für euch leute den ersten den ich gekillt wird die muss ich gleich einsammeln damit ich eine waffe habe die meisten rennen hier immer so lang da ist es noch da das war auch ein bisschen dumm von mir gerade wir sind nur drei leute die sind vier ok wir haben den vorteil wir haben jetzt grunnen wir sind Oh, das ist doch wohl, dass ich da habe, Schaff ich's nicht alleine? Ach nee... Das wird nichts mehr hier. Ja... Ok, die dann rechts lag. Ok, nice. Jetzt schon voll am Zittern aufgeregt hier. Oh, Adrenalin. Wir rennen links lang, ok. Oh, okay. 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 Oh, nice. Jetzt was nehme ich denn noch? Spiel ist doch nicht gut. Komm, nehmen wir die noch. Oh. Bro, ich habe nur den Chez zu Hause, den ich habe. Oh, ich habe ihn nicht gesagt. Die existenten. Das war die Bedeutung. Wunderschönen. Der Kupf nicht auf den Niemann. Teufel Scheiße Telefon Ja, es gab nicht die Schrauben, aber ich habe noch eine kleine Idee Kann man mir ja alles kaufen hier, meine Güte. Guck mal, was kann ich hier noch holen? Ach, scheiße, so langsam. Ich wollte mir gerade noch die Sniper bringen. Wo ist der letzte? Ach, das war der letzte. Nice. Das war nice. Spannend. Action pur. Bester Spieler. Jawoll. Okay, dann schauen wir mal, wie die anderen alle drauf waren. 4,5. Keiner mehr. Boah, ich habe doppelt so viel Schal gemacht wie der Beste von den anderen. Nice. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, zweite Runde starten wir sofort. Was geht los? Okay. Du musst ankaufen. Geht doch. Wie immer, erstmal Panzerung. als Tank ein bisschen spielen. Was haben die hier weggeschmissen? Ich dachte, es gibt es ja mit zwei UPSs. 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 Ach, Mensch. Ach. Ach. Komm mal, ein bisschen weg hier. Da ich mich ja sowieso ein bisschen immer hoch heile. Obwohl. Obwohl. Ich das eine nehme und halte mich ein bisschen schneller hoch. Na egal. Dann nehmen wir die Farmers. Auch kein so großer 500 Farmers. Ich renne da lang. Aus nun. Ich denke, ich glaube nicht nur noch. Es ist nichts von dem. Je announce nichttim. Das ist dann, was disappears. Ach. Ach. Ich bin schon. Ja, gut! das war auch ein bisschen tricky auf einmal waren da drei stück gewesen bei der mp5 okay jetzt geht es los hier mit der farmers ist immer so doof die macht immer so einzelschüsse fünf schüsse sind das glaube ich diese abfeuert und dann muss wieder loslassen wir drücken also immer so bei mp5 kann ich die maus gedrückt lassen die sind nur noch zu dritt das brauchen wir auch nicht ein bisschen sicher passt ja genau perfekt alles was ich brauche habe ich hier die runde vielleicht werden wir den ersten begegnen direkt in der mitte ich glaube da links hat gerade einer lang gelaufen hier höre ich jemanden v skümmel du ich du 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 Das war's für heute. 1 gegen 1. Schnapp, schieß ihn ab. Schnell, schnell. Ach, Mist. Gibt's doch nicht. Was gibt's doch nicht. Was habt ihr gemacht, Leute? Nein. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn hier los? Was war denn hier los? Ich würde nie mehr schießen. Was ist denn? Was ist denn hier los? Ich hab's so lange Mauskaste gedrückt gelassen wahrscheinlich. Und... Kann doch nicht wahr sein. Dem keinen Bock mehr, weil ich gewonnen hätte und dann alles verkackt habe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich war wieder der beste Spieler von allen. Und ich sage gern Dankeschön für Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Das war's für heute.